Mein Tinker ist ganz drack. Klee war der Welp hier. Ampoo? Was? Kann ich zugehört? Entschuldigung. Was ist dein Lieblingschild aus Tinker ist ganz drack? Klee war es nicht schlecht, aber wenn man das Tinker leveling kann, würde ich ein schönes Breitschwert bauen. Breitschwert ist leichter als alle anderen. Am besten ist normalerweise der Klee war. Ja, was man macht, genau. Der Klee war es gut zum Kopf-Köpfe-Farm. Eigentlich kann ich es ja gar nicht genau bestimmen. Man muss hier mit dem Wasser klarkommen, sagen wir es mal so. Das Problem, mein Lieber finde ich, der braucht immer so lange zum Aufladen. Das stimmt. Bis er wieder schlagen kann. Wenn der Schatz ne Baumschau, muss er auch für den Baum hängen? Das passt nicht so ganz in unsere Welt, ne? Nein. Bei euch nicht, bei mir schon. Und ich bin ja ein bisschen moderater geworden. Ich bin ja willens zurückgeblieben. Ich hab schon ein Petit da stehen in Ruhe. Ich wollte eigentlich handeln kommen. Kommst aber nicht mehr zu, oder? Ich komm gleich mal vorbei. Ach los. Komm schon wieder machen. Komm schon wieder machen. Der braucht Ashan mitmachen. Mach doch mal wieder Bruchstein. Ja. Okay. Ich glaube, ich komme jetzt mal handeln. Der macht das. Ich würde mich jetzt erstmal um ein paar Kerzen hier. Mach das. Hm. 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 Wolltest du mit Campen? Wolltest du mit Campen? Oh, was ist das beste Material für ein Schwert? Nein. Ist das jetzt reell, oder Minecraft? Nein, Qua! Nein, Qua! In echt ist es, in echt ist es ja einfach voll. Halt. ob jetzt auch noch unterschiede mein gott ich hab es geschafft raus zu sagt man schafft es nicht hast du den nächsten hast auch den gast was glaubt wer wissenschaft ist ein anderes letztlich zu schlagen ein deutsches breitschwert oder in kathana kathana hat es geschafft in einem fest das kathana war komplett verboten das kommt noch mal zu dir hin zum handeln du sagst bei dir ist billig mit fleisch verkaufen 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 verstanden ich habe einen schweren lifestil 3 Nein, das hat uns heutzutage, ihr müsst vergessen, kriegt man da natürlich nicht leben dazu. So was war es. Es gibt auch nichts weiteres mehr. Der Drache ist mir noch gar nicht gegeben. Du wirst an den Händler vorbeigelaufen, der da verkauft. Hallo. Der da. Der da, genau, da muss ich hin. Der ist viel im Angebot, wie so ein Kaufhaus. Mach was der nicht alles hat. Ja, fehlt nur noch eine Schokolade. Was ist das denn? Vereint Schmaragd? Das gibt es für die Erfahrungsflächen. Ich hätte das andersrum gemacht. Für 64 Marker ein Flashdown. Da gibt es es. Fail. Na, ich habe jetzt aber 80% Level. Ey, das ist aber ein Schnapperpreis. Ey, es ist voll geil. Ich will auch die 100 Level schaffen. Ich meine, 100 Level hat man nicht einfach mal so. So habe ich gekauft. Was, warum ich die Preise erhöht habe wegen Ihn? Aha. Ja, sieht aber geil aus, oder? Ich hätte noch nie 100 Level bekommen. Außer wenn ich einen Kommentar geschrieben habe auf Polk. Aber hab ich auch geschehen. Okay. Okay. Was erarbeitet ich mir wieder? Das ist Witz. Huh, ich fühl mich wie auf Wolke schieben. Wolke sieb, du Pixie. Dann kann man noch mal eben handeln. Davon habe ich nichts. Davon habe ich nichts dabei. Okay, trotzdem lange. Ich gehe wieder. Ah, jetzt kann ich doch mal was machen hier. Was willst du denn machen? Es ist D3 oder Narkotik D3. Es ist aber Leitstil. Ich weiß immer noch nicht, was das genau ist. Oh, hat nicht geklappt, der Zombie. Wieso, du musst ihn gleich das nach und nach geben. Äh, wenn deine Sicht ja da hinten steht. Du musst direkt danach, ähm, ihm den normalen Apfel geben. Oder den normalen Gott Apfel. Den, den Gott Apfel. Ja, ich hab normalen Gold Apfel. Die Gold Apfel hat aber nicht geklappt bei ihm. Du brauchst eine normale Wegnis-Potion. Was? Normaler Schwächertank zum Werfen. Habe ich ja gehabt. Oh, hier wird's ne Katze durchsaus. Ja, Buschelköpfchen drückt wieder Lebensfreude aus. Ach, komm mal zu euch. Ich kann mich aber leider noch nicht zu euch komplett teleportieren. Ihr wollt im Süden, ich gehe mal schon helfen. Wo bist du, Sunny? Ähm, ein paar Blöcke für den Stern. Ich bin der mal die Arena angucken. Ich glaub, geh gleich mal hin. Ja, ich bin grad bei dir. Jetzt die Chance. Ach, komm. Du kommst jetzt mit Schoko oder wenn nicht? Ja, klar, ich komm mit. Und? Arena angucken kannst du dich ja dazu gesellen. Da war ich schon. Er war schon da. Ich wollte, ich wollte dir grade helfen bei deinem, äh, bei deinem, äh, hier. Billitzer? Ja. Hat ihn erledigt, der ist platt. Ja, Alter. Kommt ja mal wieder einer. Du weißt das, das ist etwas dauer, bis der sich verwandelt hat. Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Die Hose. Die Hose drücken? Was hast du denn gesagt? Ja, die Hose drücken. Bleib mal in die Hose, ich komme. Ah. Ja. So, wieder gelandet. Ich bin auch in die Hose. Ja, da komme ich jetzt auch hin. Ja, jetzt bin ich anwesend. Kommt mal mit. Du, Freund, du musst was essen. Wie sollst du denn? Hose, wir laufen jetzt los. Du musst wohl was essen. Ja, bist du beseitigt? Ja, zack, beseitigt. Ist da auch irgendein Preis, wenn man in der Ralevena kämpft? Oder ist das einfach aus Spaß? Äh, ich lasse mir noch irgendwas einfallen. Set. Hier ist Wasser. Hier schießt was. Oh, es ist kaputt. Ein Schleicher. Oh, ein Schleicher. Ich glaube nicht. Der ist voll gut. Der ist voll gut. Hi. Ich muss den dann wieder klicken, weil mein Pferd für dein 70er hat. Wir müssen kurz warten. Tembo, wo bist du? Komm. Ich bin doch da. Ich muss doch vielleicht mal mitkommen. Ich tu mir nichts. Oh, ich wollte ja was durchs Haus. Tut lass. Fahr einfach, stell auf. Wenn du einen Schuh-Kind, dann lecktes Server. Wenn du so viel Schuh-Kind auf einen Platz wirft, äh, sink deine PS-Zeile um ein Drittel, oder um ein Viertel sogar. einmal rein spazieren ich kann sie mal zeigen im besten office jetzt schon bei mir nicht aber das ist hier mal ein bisschen Lava wenn man sagt ich gehe in Pool und die die nicht kämpfen zu schauen oben schön alles beobachten warte ich mach mit du hast du Pika da für den Tuss auch äh Schoko ich würd nicht auf den Dingern die sind nicht abgrenzen da ne nicht da rauf stehen das merkt sie schon so ist richtig ja nicht da hoch du musst schon da hoch da wollen wir nicht auf die Mauer gehen wir nicht so schönes Lava Bart doch ich mach da auch mit und für den Lava Bart ah ne lass mal wir können sich jeweils zwei betteln während hier oben einfach hier zuschauen könnt und dann gibt es ja noch Preise und Gewinne oder so die ist gut geworden ist stimmt keine Baukünste so ich muss was essen ich hab schon meinen Hunger und aufm Rückweg machen ein bisschen Häuser umbauen und ein paar Trecke brauen ja das wir mussten ja noch ein paar Regeln dafür aufschreiben ja das denk ich mal nach so hier kann man sich das könnte eigentlich nur ich ähm klar dass die Taten nicht nur eine Petruktion machen können das wär mal wär cool wenn man nur aufm nur in der Arena als ich ähm betteln könnte das geht glaub ich gar nicht oder? Schoki? wo bist du? hast du gekommen? okay alles gut ich bin wieder nein ich bin nicht ich bin wohl nach Hause bringen ne? du verläufst dich du verläufst dich doch immer spuchsen macht sie es nicht eigentlich auch? äh du merkst dann ihre Stimmung ja normalerweise nicht ich weiß wo ich so Skateboard habe aber wenn ich irgendwo Parkplatz finde den ich nicht irgendwo finde das ist dann schon Käse also parke ich direkt vor das Skateboard wenn ich da hinfahre ab so cool man ab so cool man ich guck mal hier ist was sag ich mal wir zwei Creeper Köppen sag ich mal wir zwei Creeper Köppen hier machen ich hab ein Zombie Head ich möchte dir helfen weil ich bald auch noch ein Head haben also ich nicht ich möchte deinen Kopf haben Shoki nein ich möchte aber nicht Creeper oh nein ich möchte aber nicht Creeper oh äh irgendwo nether wartzen ja ich hab welche ich mach mal kurz gleich welche leihen ja kannst du auch haben okay dafür ähm dafür bekommst du grad xp flecheln ja nix ist ja lass ja auf damit ja äh ähm Katzen haben ihren eigenen Kopf sowieso meine kommt immer so schön ins Bett beste Weckang man auch wenn deine das ist nervig nee der beste Weckerdienst gibt dir nicht wenn man ausschlafen möchte wenn man in der Woche keine Schule hat ist das scheiße ja sicher ist das scheiße manchmal 3 Uhr nachts danke ich hab's doch schlimmer eine Katzen weckt mich jeden Tag um 6 Uhr morgens weil sie denken ich muss zur Schule da gut bis auf Wochenende da wissen sie ist inzwischen dass ich gar nicht zur Schule muss ist so langweilig hm 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 Fanny machst du eben mit für den Wetter klatschen ja was hast du mit dem Wetter klatschen jetzt ja 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 es wird nicht viel Arbeit hier kann man eh einspüren äh soll ich meinen OK-Shield benutzen denn es sind 3 hits tot und weder ist mit 3 hits tot ja ich hab ein Schwert mit 507 Attack Damage wort ever zwerghausen tempo mach nicht so viel schwerer Tag weiter gar nicht deshalb will ich echt nicht verlieren was ist dort her was ist dort her der Command regelt ähm kein Command benutzen wozu ganz anfänge aber ich hab kein soes cent das ist das ich weiß dass ich aber nicht solche Fackeln hier kleine Lämmchen ne ne ja muss man machen ich hab mein Dino gemacht ja ich bin gerade ist gerade in Arbeit hier bei mir ich weiß dass man sich in der Schiss suchen kann auch kein soes mehr muss eben farm gehen ja typisch komisch hat nichts zu tun außer wenn ich trinke ich bin geboren ist langweilig ja das stimmt so ne mies das ist auch dings machen können ähm dass man den sand untereinander wechseln machen muss jetzt wird heißt du hast du zwei extrem schnell schaufe du hast wo du den sand unter dir wechseln machen musst Sandbild oder Erde oder was auch immer also ich stand wieder das tot f2a äh null fps 22 5 na shoki was machen wir mit dir ne oder alles angst guck ich schon wieder abhanden gekommen die ist zu hause und ich war gleich in die lava gefühlt es leckt ja es leckt richtig gerade bei mir läuft es so schön ja du bist ja nicht im netter achso ja oh mein chunk achso ihr wollt ja diesen so'n wisser klatschen da ne ja das ist ne sache von zwei minuten ja ok easy da muss ich kommt auf auf ein man kann ihn einsperren du hast ja den block damage ausgeschaltet stimmt da unterfällt er nämlich da kann man ihn schön einsperren ja und dann kann er nings so hin als für manche marktpacks gibt's ähm ein wilder käfig hm ja da kannst du mittleren einsperren oder probleme und das hält ja alles aus denn bloß die mich die kohle ist mich schwer herzustellen ab in die mine so hier fehlen immer noch so tappstufen nach sie mir nicht nach sie mir nicht soo ja ja wir werden schon wieder oben treffen wir beiden ne hm hm ja oder du hast jetzt die grüne so'n bisschen ha ha oh wir werden hier noch ein bisschen in den häusern umbauen damit sie auch als richtige Türen hier erkannt werden ja ha ähm ha 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 das denn hat sich rausgebracht da war nämlich nur ein block drüber darunter ich du ach so dachte ich will aber nicht da kommen wir uns auch schon bald treffen ich war noch besser bei einer geschloss ist es einfach in die lava gerannt ja ich schaffe einfach alle ist so gekrepelt feier hatte motto heute schon gekrepelt weil wir arbeiten und es gibt so über und das wusste ich gar nicht wenn ich hier so ein kerl hier wie kriegt man da noch mal extra dings auf modifier ja das heißt es nicht mehr es gibt so über uns der begriff sagt mir praktisch solange du noch einen freien slot hast wo du die sachen draufbringen kannst du alles kein problem nein ich hab ja alles schon verbraucht aus Versehen ja dann kriegst du nichts mehr drauf keine chance doch eigentlich müsste links hat es ja auch geschafft und drauf zu kriegen es muss ja noch zwei weitere mögliche geben die man freischalten kann ich weiß aber nicht mehr ich weiß ja es wird genannt ja habe ich getestet in der einzelwelt funktionieren nicht nicht in der version die wir haben da will ich ja ein tucker stee leveling drauf packen dann kriegt sie musste halt xp punkte fahren ja ich habe das sobald ich habe ich diese waffe immer noch in meinem inventar das ist so ich habe gleich die ganzen häuser umgebaut die türen richtig sind ich bin stolz bis wann hast du gesagt die folge noch knapp fünf minuten dann ist das kann man so lassen ja jetzt habe ich sie alle jetzt kann ich nach hause kommen das kann man so richtig gut ich kann einfach meine meine rüstung während des kampfes reparieren mit xp flächeln das kann ich mal raus sehen was ich hier so habe weg 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 brauche ich nicht das wäre wie mein schwert fertig blöd mann so wieder ja ich kann das immer ganz gut nicht nur durch auch zwei häuser jetzt noch müssen wir mal machen das schaffen wir mal ich weiß übrigens 160 sechs kartoffeln limit von 160 stecks so wenig 64 es ist wenig das ist viel normal 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 hat 32 so tür knapp weil jetzt brauche ich auch noch eins so so ja essen steht schon auf dem tisch dann beeile ich mich dann beeile ich mich ganz sicher muss man kurz mich entladen macht das und damit meine ich nicht aufs klo gehen macht das mein kraft gibt es ja auch kann man auch ein plus klo bauen in mein kraft ja mit mutter fuß geräusche dann darauf machen ich schlecht du willst du unsere welt super passen ne schatz ja du musst eins bauen ja da gibt's zu mod für ja hans könnte auch ein schitzel mit spots installieren geschüttel hat man schon mal gehabt ja aber braucht man nicht schitzel mit 20 achso dann kannst du ähm einfach ähm 3 einen kleinen mini pixel entfernt pixel halt so ich glaube ich ganz schön nach hause das essen auf dem tisch jetzt kann man sich so schön seine eigenen blöcke zusammenbauen ich höre die katze schon mauzen wow essen ist fern hatte die nicht mal so viele katzen ja ich weiß nicht wie die alle sind abgeblieben das ist jetzt ich bin da ok vorne vor soll es gut sein nur hat drei stunden gemacht ich wünsche alle einen schönen abend noch oder gute nacht oder auch schönen guten morgen je nachdem und dann bis zum nächsten mal ciao tschüss das ist für mich noch tage